Ja, Hallihallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft Dragonflight in der Version 10.1.7. Wir sind hier in Valdraken in Taldrassos auf den Dracheninseln und sind hier in der Ecke. So, und sind bei der Maite Inspiration mit der Quest Die Innovation der Maschine. Setzt den neu abgestimmten Energiekern in die Innovationsmaschine ein. Ihr erhaltet den folgenden Effekt. Essenz Detektor. Ihr habt eine Chance abgefüllte Essenz zu erlangen, wenn ihr auf den Dracheninseln mächtige Gegner besiegt oder Dungeons Schlachtzüge sowie verschiedene andere Aktivitäten abschließt. 56 Gold, 18 Silber und wir nehmen die Quest damit an. Dann nähert euch der Innovationsmaschine, wenn ihr bereit seid. Sehr gut. Der unifizierte Kern wurde angenommen. Jetzt können wir die Quest gleich wieder abgeben. Die Innovation der Maschine bekommen diesen Effekt. 56 Gold, 18. Und damit ist die Innovation der Maschine abgeschlossen. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet auch gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschaui. Tschaui. Tschaui.